Jazz und Amour hieß es am Sonntag in der Kulturhaus-Kunstgalerie in Bruck beim herbstlichen Jazz-Brunch. Musik vom Feinsten, verbunden mit kulinarischem Genuss, war für viele ein Grund zum Hingehen. Wir haben unseren herbstlichen Jazz-Brunch mit Charlie Auxell und seiner Hotline-Band. Charlie Auxell zählt ja bekannterweise zu den wichtigsten Musikern Österreichs, vor allem im Bereich des Saxophons. Er freut uns natürlich sehr, dass er heute zu uns gekommen ist und uns den Vormittag verschönern wird. Musik Wir haben 1996 begonnen, hier in diesem Haus mit dem ersten Jazz-Brunch. Da hat Richard Österreicher und die Ines Reiger gespielt und das hat sich jetzt fortgesetzt bis zum heutigen Tag. Früher haben wir vier Jazz-Brunches im Jahr gehabt, heuer haben wir zwei. Aber es ist immer sehr gut besucht und es freut uns, wenn wir gute Musik weitergeben können. Es spielt aus München Arno Haselsteiner, ein super Schlagzeiger, hat in allen möglichen Bands gespielt, ist seit über 30 Jahren Profimusiker. Am Keyboard Jan Eschke spielt er auch mit der weltbekannten Band Defunct, mit der amerikanischen Band. Und Robert Zimmermann am Ebers. Am Ebers. Vielen Dank.